Wir bleiben in den USA, denn vor 51 Jahren haben Eltern ihr Baby verloren. Es wurde entführt und die seitdem verschollene Tochter, die konnten die Eltern aus Texas jetzt erstmals wieder in ihr Arme schließen. Jahrzehntelang hatten sie die Hoffnung nicht aufgegeben, ihre Tochter Melissa wiederzufinden. Suchanzeigen geschaltet, alles versucht, plötzlich die glückliche Wendung. Eine Adventsgeschichte mit kriminellem Hintergrund, wie unser Reporter Michael Bühlenweber berichtet. Ein Wiedersehen nach 51 Jahren. Emotionaler Ausnahmezustand. Mutter und Tochter fallen sich um den Hals. Ein DNA-Test hat ergeben. Melissa ist die seit 1971 vermisste Tochter. Mein Herz ist so voll. Es platzt regelrecht vor Emotionen. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, ich würde sie nie wiedersehen. Es ist wie vorgezogene Weihnachten. Melissa wurde 22 Monate alt von ihrer Babysitterin hier in Fort Worth, Texas entführt. Alle Fahndungsbemühungen blieben erfolglos. Selbst Fotos, wie sie als Erwachsene aussehen könnte, brachten auch nach Jahrzehnten keinen Durchbruch. Erst die Suche über eine DNA-Datenbank ergab einen Treffer, einen Abgleich der Daten des Vaters ergab. Er hat eine unbekannte Enkelin. Die Tochter von Melissa. Ein Zufallstreffer. Sie sagten, sie lebt. Ich habe gemeint, ich konnte es nicht fassen. Nach 51 Jahren. Es ist so emotional. Aus Melanie, wie sie jahrzehntelang hieß, konnte wieder Melissa werden. Jahrelang lebte sie nur 20 Autominuten von ihren wahren Eltern entfernt. Die Frau, die sie aufzog, behauptet, sie ein Jahr nach der Entführung gekauft zu haben für 500 Dollar. Ihre Mutter stand vor 50 Jahren im Zuge der Ermittlungen sogar unter Mordverdacht. Jetzt die glückliche Familienzusammenführung, die aber Fragen offen lässt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Untertitelung des ZDF, 2020